Bist du denn mit der Map zufrieden? Also, Best of Seven ist es ja, ne? Ja, wir machen einfach Loser's Choice dann, nach der Map hier, weil Vanilla ist ja so wirklich Common Ground. Danach kann ja mal entschieden werden. Ja, alrighty. Okay, ich bin ready. Also, ich bin nicht bereit, aber mein Ingame-Character ist ready. Das erste ist Warm-Up, das erste zählt sowieso nur so halb. Ähm, Igelei? Oh Gott, ich kann nichts mehr, Leute. Ich auch nicht. Das Ding ist, du wirst wahrscheinlich gleich richtig schnell reinkommen, wo ich abfallen werde. Hundertprozentig. Hast du mich grad Abfall genannt? Ne, wo ich abfallen werde. Lol. Ja, ja, verstehe. Mhm. 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 Das machst du alles, verstehe. Eine zweite Windturbine? Mhm. Mhm. Bist du also ein Pinsch? Ein Pinscher? Bist ein kleiner Pinscher. Nee, das ist... Du bist nicht so ein Pinscher, ne? Vier Minen, eine Windturbine. Bin überhaupt nicht am Pinschen. Vielleicht bist du ja wirklich Igelei. Der Räudige. Würde ich nicht machen, oder? Nee, da glaub ich auch nicht. Also... Da würde ich auch ein bisschen Ehrfurcht vor dir verlieren, so, ne? Also... Okay, dann bin ich's vielleicht doch. Mhm. Och, nö, komm. Ja, ja. Muss ich den Profi ein bisschen rausbringen. Die Profi ein bisschen rausbringen. So. Nerven anderen. Ha, da kommst du nicht durch. Doch, doch. Pass auf, dass du deine Bilder oder da nicht verkackst. Ich Bilder oder? Welche Bilder oder? Guck mal. Hm... Nee, ich glaub... Das passt. Oder was meinst du? Hm... Nee, ich würd noch mal gucken. Das weiß ich, ich hab Angst. Was solltest du? Ja, hab ich auch. Ja, es sieht... Es sieht noch solider aus. Was du jetzt am Zimmer hast. Ist nicht hier. Ist nicht hier. Ist nicht hier. Kling, klang, klong. Gehst du auf Laser? Nee. Warum? Plasma Laser? Oder Feuerlaser? Was machst du? Haha, du bist Spion! Aha! Enttarnt, Senor! Du weißt gar nichts. Plasma Laser? Oder Feuerlaser, weiß ich ja nicht. Also, keine Ahnung. Du weißt ja... Entschuldigung. Du darfst nicht bei mir abgucken. Du darfst mich nicht lesen. Entschuldigung. Mein Fehler. Es ist so stressig da, weil ich weiß, wie gut du bist. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Auch? Dann bin ich froh. Dann bin ich froh "... Ah, Salty, ich mag ihn nicht mehr. Ich habe Angst, Salty. Pass auf. Noch nicht. Okay, noch nicht. Ich mache noch Waffenstillstand. Wie ich erst Angst habe. Du, hör mal. Nee, das ist nicht so. Oh, da bitte bitte. Ah, ist cool hier. Okay. Gar kein Problem. Gib mir das. Spiel. Also nicht das Spiel, aber das Spiel soll mir das geben. Krass, wie es Zero Damage immer noch ist bei mir. Jaja, klar. Zero Damage, Zero Damage. Okay. Ich sehe schon, gleich kommt irgend so ein ekliger Dol... Hey, 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 hey. Oh, Snipe? Hier? Es ist doch wie Fahrradfahren. Hey, war es das? Ja. Achso. Hast du mehr erwartet? Äh, nee. Von dir nicht. Ey, hallo. Hm. Hey, schöner Versuch, ne? Aber, das war echt... Ah! Ach, Mann. Jetzt fokbt mich auch schon mein Twitch-Chat. Ja, zu Recht. Hast du mir gesagt. Äh, ich hab so Soundalerts. Ja. Und ich hab auch einen Soundalert, der ist so feuernd fort. Ja. Hast du gesagt, dass es brennt bei dir? Ja. Ja, gut. Weil ich halt gerade auch in dem Moment gelöscht habe. Und ich war so... Hä? Ich hab doch gerade gelöscht. Hä? Warum brennt's hier? Und warum biegt das Stroh? Lass mich jetzt aber in Ruhe, oder? Ja, erstmal Waffen ein bisschen weiter ausbauen, ne? Achso, okay. Ist okay. Auf entspannt. Bing. Pong. Oh, der hat einen Sniper. Nein. Nee, hallo. Aha, dieses Schild. Ah, das war ja frech. Hm. Der erstes Game läuft ganz okay. Naja, das... Kann man... ...Schied wählen. Ich hab wieder diese eine... ...eine Schnittstelle, die alles kaputt machen kann, ne? Bei dir? Mhm. Warst du dir gerade ungefähr so? Mhm. Das ist... Das ist die Bramsche, äh... Bramsche, äh... Krassade. Hoch! 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 Ja, das ist eigentlich schon wieder so... ...peinliche Crosswings. Ja, die werden doch auch immer bleiben bei dir. Ja, leider. Leider. Äh... Nee, da hören wir jetzt mal auf. Oh! Sag mal, wie kommst du da durch? Ich... Mann! Ich war kurz davor! Oh, ich hätt' dich einfach töten können! Hätt' dich einfach easy töten können! Doch, doch! Ich hätt' dich so töten können! Sofortiges Replay! Ja, guck mal, mein Passwort war fast fertig. Da hat eine mit der Echenriebe gefehlt. Ich hätt' dich so hart... ...hätt' dich weggesnipet. Also, was ist so hier? Door-snipe aus der Hölle wär's gewesen. Ach, das Metall war weg, stimmt. Ja, das Metall war weg. Erstmal noch. Sonst hätt' es uns geweicht. Ah, scheiße. Ich hab' ja auch grad dabei, so Schilde nach und nach reinzuziehen. Aber ist okay, es war ein Reinkommer. Es war ein Reinkommer. Okay, okay, okay. 1-0. Okay. Ja. Wähle deine Map. Weiße. Wähle meine Map. Wähle sie weiße. Mir geht doch, glaub' ich auch. Bin ich mir gar nicht so sicher. Muss mir... Ah, schade, das hätt' ich jetzt mir vielleicht vorher Gedanken drüber machen sollen. Egal. Egal. Ah, ich glaub' passt so, ne? Ah, bist du sicher? Nee. Okay. Warum heute mal ein bisschen platzsparender? Ja. Platzsparender, okay. Platzsparender, yes sir. Das war ne wilde Taktik, die du erfährst. Ah! Oh Gott! Was denn? Nix. Du hast die Lager vergessen. Nein! Das Ding hab' ich grad' gehört. Nein, nein, nein! Lager? Man braucht Lager auf der Map? Hast du Lager platziert, Leon? Ich hab' Lager platziert, also ich bin ja hier nicht von gestern. Da kommt mein Tag auch jetzt schon. Ah, das ist natürlich, das tut weh, nein. Sag' ich, wie's ist. Dürmdi-dürm. Ja, das ist halt ein Stein in der Mitte, von daher brauch' ich nicht mal Angst haben. Das ist richtig. Erstmal sicher. Wie ein Schabernack. Erstmal. Doch, jetzt hab' ich... Oh, ich bin so ein Idiot! Egal! Egal! Ja, komm! Was ist hier jetzt? Über dir? Whatever, whatever. Alles okay dahinten? Heute bauen wir Platzsparender. Das ist famous last words. Gut, dann hilft's ja nichts. Dann muss ich das da hin bauen. Alles mal dahin dann. Alles Metall weg! Boah, bist du cocky! Äh, wovor soll ich denn Angst haben? Weiß ich auch nicht. Ich guck mal, ich hab' mich dann vorne angeguckt. Ach so, okay. Oh! Fort! Brüht dich! Was ist hier? All good bei dir? All good! Ganz sehr gut. Ich hab' schon Sorgen um dich. Wahuuuaaaahhhhhh! Ä ... Mach mal jetzt hier etwas Metall rein. Weil ich glaub du hast... I'ma just grab my stuff and leave, thank you, please. Das ist das... Oh, Junge. Oh, Junge. Ja, klar, du. Werde du das mal als knapp ab. Auch wenn es das nicht wirklich ist. Das ist das Dämlichste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Wolltest du einen Sniper haben? Ja, guck mal. Ich dachte, ich wollte mal gucken. Das erste Game lief so locker fluffig und jetzt bin ich zu blöd Boxen zu ziehen. Ist nicht mehr so fluffig, sagst du? Nicht mehr so fluffig, sag ich. Ja. Hättest du mir mal sagen können, dass du mal Stability Tag braucht, Salzy. Das war die Kreissäge, hast du das nicht gesehen? Oh Mann ey, ich hatte so einen Hau hier auf dem Weg. Ich hätte dich einfach instant getötet. Vergiss die Stability Tag. Wo mache ich denn überhaupt jetzt schon so viel Defense dahin? Du hast nichts. Du warst wirklich eine Steinzeit, warst du. Ja. Gott ey. Ich will nochmal hinfort. Oh Mann. Also ich lass mir diesen Sieg hier nicht nehmen von dir. Okay, also muss ich aber seriös spielen. Jetzt weißt du ja, was ich vorhatte. Das war so ein Free Win. Oh mein Gott. Ability Tag. Ja, du hast recht. Das war ein Free Win. Ey, guck mal, ich hab heut Spendierhosen an. Ja. Von mir aus lassen wir den nicht in die Wertung einfließen. Na, das gucken wir später. Du willst gerne Almosen. Okay, ist auch okay. Da kommen die Lager. Bisschen spät, wenn du mich fragst. Nee, die sind passend. Ja, okay. Ja. Hier schmuh, was du erzählst. Okay. Mein Fehler. Boah. Mir wird warm, Leon. Mir wird richtig warm. Bist du Pinchfest? Du spielst Pinchfest. Gieß mal. Ja. Nimm mir schon noch einen Tag und verkaufen. Phantom geht ja nicht nochmal. Du bist ein kleiner Schlawiner bist du, weißt du das? Ja. Hat mir meine Mama damals schon immer gesagt. Wann sie wirklich? Klein Salzy, du bist so ein Schlawiner. Wortwörtlich. Ah, for real. Also. Wenn du meine Mutter fragst. Ich frag sie. Wenn ich sie immer sehe. So, 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 so. Och, komm. Was denn? Weiß auch nicht. Weiß auch nicht. Äh. Was denn? Weiß nicht, was du meinst. Hm. Jetzt will ich mir auch noch ganz schwer gerade vorstellen. So gut. Bisschen übertrieben, oder? Also. Wovor hast du Angst? Kommt doch nichts von mir. Mhm. Wovor hast du Angst, Cora. T Quängen! Mhm. Das ist aber echt ein Schieferturm von Pisa, den du da am Start hast, du hör mal. Bist du? Ein bisschen. Oh, okay. Hat wohl nicht den, ähm, Kulturanforderungen standgehalten, wa? Ah, ähm, kennst du das Bauamt, ne? Ja, voll schlimm, wird überall gekürzt gerade, es ist furchtbar. Ah, wieder das Haui-Gerät, das muss doch nun wirklich nicht sein, oder? Doch, 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 den brauche ich. Ah, jemini. Bei dem Versuch, mich zu verteidigen, werde ich safe zusammenkrachen und darauf pokerst du doch. Ja. Ich weiß genau, wie instabil deine Forzen. Mhm. Aber Bramsche Sollbruchstille dann nicht wieder kennen, ne? Ja, ja. Hab ich nie behauptet. Ja. 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 Ab mit dran, ich schlafe. Ja. 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 Hast du noch nicht mehr gebraucht, oder? Doch, doch. Das ist wichtig. Sorry. Ich verwechsel das immer, was wichtig ist und was nicht. Das brauch ich nicht mehr. Boah, schon ein bisschen wackelig, ne? Bei dir? Ja. Warum? Also jetzt mal... Hast du dich dann gefragt? Weil ich es kann. Okay. 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 Hey, 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 hey. Komm schon. Komm schon, Jungs. Tschüss. Ah, der kommt schon wieder. Und der geht durch. Und der geht im Berg. Dreh komplett am Rad, du hör mal. Ah, Bergliebel. Aber ein Stück in Höhe. Zero Damage, Zero Damage im Prinzip. Jetzt schafft ihr's, ja? Jetzt wär ich drauf gewesen. Oh, diese Ganner, wirklich. Da wird der Salzy in der Pfanne verrückt. Salzy... Oh, siehst du... Brauch ich sein. Ich bin auch eher mad. Okay. Dann geht's ja. Oh, jetzt ist's mal die Streppe da belastet, hör mal. Kannst du auch nicht ausdenken. Oh, 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 oh. Let's go, baby. Im Weg gehabt. Schade. Boah, wo hast du da reingeschossen? Du hast sniped, denk ich mal, ne? Hast du irgendwas aufgemacht? Nee, 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 nee. Das Tür war zu. Ach so. Oh, ihr wischt irgendwie. Ich hab halt mit der Ken-Dom grad geschossen. Ah, der war Singledor. Das ist natürlich schwierig. Nee, ich hab grad Türen gesetzt, oder waren die noch nicht durch? Ah, die waren grad noch nicht durch. Du hast davor mit mir zwei Türen zerschossen. Mit einem Schuss irgendwie. Und ich hab dann bis jetzt vergessen, die Türen nachzusetzen. Okay, schade. Und die kamen nicht rechtfertig? Nee, die waren ein paar Sekunden zu spät, leider. Schade, schade. Boah. Oh, Junge. Das hätte aber auch böse ins Auge gehen können, du. Mann. Vor allem, die Hau ist kein Ball durch, aber das reicht nicht. Es war wirklich arschknapp. Dass das gehalten hat, frag mich nicht wie. Der D ist der D. Ja, guck mal, Salzy. Ist doch schön, mal wieder mit dir zu spielen. Lass mal Pillars spielen. Ich hab mir nicht mit Ruhm bekleckert. Ich hab mir nicht mit Ruhm beklebt.